um himmels will nein aufhören nein 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 aufhören aufhören ich kotze im strahl ich kotze im strahl doch nur der der erste verein wo ich dachte nee bitte nicht der erste fein dieser aussagen wo ich dachte nee bitte komm lass bleiben ach komm ey das ist richtig eklig in dresden das wird richtig eklig ach nee ehrlich habe ich keinen bock drauf sagt ihr wie es ist wenn man schon mal 500 mal bekommen irgendwann ich habe keinen bock auf dresden mann der dresden ist ja wirklich mit das härteste los was du bekommen kannst in der ersten runde nachdem ich hier vorhin dazulernen durfte dass das dass der jetzt kommen die bayern er super dass hier bis zu platz 14 und 2 niger gilt der profi top damit das dazulernen durfte vorhin ist dresden mit das schwerste was überhaupt geht das gute ist halt es wird nach dresden irgendwie funktionieren mit der fahrt her mit einem euro ticket das wäre feierbar das würde gehen und stimmung ist halt geil stimmung in dresden wird richtig geil plus auch vergleich amateurverein du wirst in du kannst bestimmt in ihren karten kommen für das dresden spiel wenn du jetzt irgendwo zu irgendeiner regionalist fahren hast du 300 auswärts karten da kommst du nicht hin nach dresden klappt das das ist gefühlt ein richtiges ligaspiel gegen dresden von der größe vom stadion der stimmung her das ist halt cool das ist ein richtiger test ein richtiger test vor der saison dresden nochmal aber natürlich birgt dresden auch große gefahr da auszuscheiden